Fehler machen. Fehler machen ist ja also gar nichts Schlimmes. Fehler machen ist sogar gut, denn du kannst aus den Fehlern lernen. Ja, hast du richtig gehört. Aber Fehler sind auch wirklich manchmal unvermeidlich, denn dann würdest du die Lektion nicht lernen, was dahinter sich verbirgt. Was dieses Schatz, was dahinter sich verbirgt, könntest du das nicht wirklich erfassen für dich oder erkennen. Und wie du darauf reagierst, das macht den Unterschied. Weil wenn du Fehler machst und dich dafür selber anklagst oder dich niedermachst, dann wäre das vielleicht nicht so vorteilhaft. Beachte wirklich Fehler wirklich als Lernchancen und jeder Fehler bringt dich einem besseren Verständnis für dich, auch zum größeren Erfolg. Also auch wenn du mit deiner Idee schon mal gescheitert bist, mach nichts. Was hast du daraus gelernt? Was ist dein Mehrwert daraus? Was kannst du lernen? Wie kannst du weitergehen? Lerne aus der Vergangenheit und bleibe fokussiert auf deine Zukunft. Das ist mein Rat für dich. Und wenn du dich weiterentwickeln möchtest und deine beste Version, deine Selbstwerten möchtest, ich freue mich und bin gerne für dich da. Melde dich für meinen Coaching-Programm an. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.